Wären Sie gerne weitgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen? Profitieren Sie gerne von niedrigen Strom- und Heizkosten? Und liegt Ihnen der Umweltschutz am Herzen? Dann sind Sie mit dem Rundum-Sorglos-Paket AEW MyHome gut beraten. Wir, die AEW, sind der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Energieversorgung. Produzieren und nutzen Sie Ihren eigenen Strom und Ihre eigene Wärme und reduzieren Sie so Ihre Energiekosten – unabhängig und nachhaltig. Das Kernstück unseres Energiesystems ist die AEW MyHome-Steuerung. Mit dieser intelligenten Steuerung haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Energiesystem. Sie optimiert vollautomatisch den Strom- und Wärmeverbrauch in Ihrem Zuhause und berücksichtigt dabei auch Wetterprognosen. Dank dem internetbasierten Monitoring sind Sie jederzeit über Ihren Energieverbrauch informiert und können diesen steuern, egal wo Sie sich gerade befinden. Alle AEW MyHome-Produkte, aber auch bereits vorhandene Infrastruktur wie zum Beispiel Ihre Heizung, lassen sich unkompliziert in die Steuerung integrieren. Ist Ihre Heizung schon in die Jahre gekommen und produziert mehr Ärger als Wärme? Wir bieten Ihnen mit AEW MyHome Wärme die Möglichkeit, weitgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Unsere Wärmepumpen nutzen die natürliche Energie des Erdreichs oder der Umgebungsluft und geben diese in Form von Wärme und Warmwasser an Ihr Zuhause ab. Dank erneuerbaren Energien schonen Sie die Umwelt, ohne dabei auf Ihren gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Werden Sie unabhängiger von schwankenden Stromkosten. Mit einer schlüsselfertigen Solaranlage von AEW MyHome Solar nutzen Sie die Kraft der Sonne und produzieren Strom oder Warmwasser für Ihre Liegenschaft. Nutzen Sie diesen Naturstrom dann, wenn Sie ihn benötigen. Dies ermöglicht unser AEW MyHome-Speicher. Mit ihm optimieren Sie den Eigenverbrauch Ihres selbst produzierten Stroms und werden unabhängige von schwankenden Strompreisen. Mit unserer intelligenten Steuerung und der AEW MyHome-Ladestation wird zum Beispiel Ihr Elektroauto zum optimalen Zeitpunkt aufgeladen – mit Ihrem eigenen Strom. Gemeinsam mit unseren regionalen Fachpartnern sorgen wir dafür, dass Ihr neues AEW MyHome-Energiesystem zügig, professionell und nach Ihren Vorstellungen installiert wird. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen auch gerne eine Finanzierungslösung. Und mit unserem AEW MyHome Service Plus kümmern wir uns um die vollumfängliche Wartung Ihrer Anlage. Mit AEW MyHome können Sie sich voll und ganz mit nachhaltiger Energie versorgen, dabei Geld sparen und unabhängiger werden, ohne sich um jede Kleinigkeit selber kümmern zu müssen. Möchten Sie mehr zu AEW MyHome erfahren? Besuchen Sie unsere Website. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne persönlich. mit ρώ. mit unterschr setzen Saint 題 qui Vielen Dank.